Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Es ist Sonntag, der 17.03.2019 um 18.03 Uhr. Ich dachte, ich würde ein bisschen früher dazu kommen, den Vlog aufzunehmen. Aus dem Hotelzimmer habe ich es nicht geschafft. Dann dachte ich, wir sind relativ früh in Berlin, waren wir aber nicht, weil wir jetzt halbe, dreiviertel Stunde Verspätung hatten. Dann war der Bus vor der Nase weggefahren und jetzt bin ich gerade seit zwei, drei Minuten zu Hause ein bisschen abgekämpft. Deswegen werde ich heute auch nicht mehr hier streamen. Ich wollte eigentlich Elite Dangerous streamen, aber das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich muss es erst mal auspacken, mich sortieren, vielleicht was essen und ja, von daher muss ich leider den Stream auf morgen verschieben. Dann werde ich morgen dann irgendwie 16, 17 Uhr, na 17 oder 16 Uhr, da habe ich meinen Zahnarztkontrolltermin. 17 Uhr bis 19, 20 Uhr, irgendwas in dem Dreh werde ich ein bisschen Elite Dangerous streamen, bevor ich mich dann mit dem Sparrow, einem Arbeitskollegen von Sparrow, dem Benny und dem Jermaine treffe. Ja, ansonsten vielleicht kurz ein paar zusammenfassende Wort zum Wochenende. Das Wochenende war schön. Gestern war leider scheiß Wetter, es hat die ganze Zeit geregnet. Und das war nicht so geil, aber was soll man machen, kann man nicht ändern. Wir hatten zum Glück Ringsschirme dabei. Heute war richtig krasses Wetter im Vergleich zu gestern. Blauer Himmel, Sonnenschein. Gestern hatten wir 6 Grad, heute waren es irgendwie 18 Grad. Also dreimal so warm. Und ich denke, wow, was ist da los mit der Welt? Wir sind viel rumgelaufen, gestern 30.000 Schritte, heute nochmal 10, haben uns viel von Prag angeschaut. Die Burg, die Kathedrale, verschiedenste andere Orte, die Karlsbrücke war gestern zum Glück nicht so voll. Klar, wenn es regnet. Aber heute war die Rammel voll und wir sind um eigentlich 12.30 Uhr abgefahren, aber irgendwie 12.50 Uhr, 12.55 Uhr ging es erst los. Na ja, und dann hat es sich noch ein bisschen gezogen, aber wir waren jetzt kurz nach 17 Uhr am Hauptbahnhof und dann habe ich doch noch ein bisschen länger nach Hause gebraucht als gedacht. Ich habe zwei Dinge mitgebracht aus Prag. Einmal ein Kühlschrankmagneten, City of Praha, Prag, wie auch immer, also für den Kühlschrank. Und ich habe mir eine wunderschöne neue Tasse geholt. Die fand ich sehr schick. Auch eine Pragtasse, Praha, mit einer Sonne und dann die Silhouette der Stadt mit oben der Festung. Hier eine Wolke, Oda und jede Menge anderes Zeug. Und die fand ich echt schick. Und das wird jetzt eine neue Kaffeetee, wie auch immer, Tasse. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe noch nicht genügend Tassen im Schrank oder nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und deswegen brauche ich ab und zu eine neue. Ja, und ansonsten war gut. Ich war mit Ralf unterwegs. Wir sind gestern um 7 Uhr aus Berlin losgefahren, waren pünktlich da. Und es dauert 4 Stunden 15 Minuten normalerweise die Fahrt. Und ja, Hinfahrt war gut. Rückfahrt saßen wir jetzt getrennt. Also irgendwie für die Hinfahrt konnte man Platzkarten auswählen. Für die Rückfahrt hat man die zugeteilt bekommen. Das heißt, wir hatten keine Chance, Sitzplätze zusammen zu haben. Und es war auch dann zwischendrin relativ voll. Ich glaube, ab Dresden war es dann richtig rammelvoll. Und ja, es war aber ein schönes Wochenende. Und das Hotel, wo wir waren, was ja eher eine Pension war. Ein Hotel würde ich jetzt nicht sagen. Wie nennt man das denn? So Wohnung, wohnungsmäßig, wie auch immer. War soweit in Ordnung. Preislich kann man gar nichts sagen. 20 Euro pro Nacht, pro Person. Völlig krass mit Frühstück. Wobei das Frühstück jetzt nicht so die Bombe war. Aber egal, es war Frühstück. Wir hatten Kaffee, wir hatten Tee. Wir hatten Toast, Eier und ein bisschen Belag. Also das war schon völlig in Ordnung. Das Einzige, was ein bisschen unschön war, ist, dass wir ein Zimmer hatten, was keinen Zugang zu Frischluft hatte. Wir haben so Balkonfenstertüren gehabt. Wir haben mehr oder weniger im Erdgeschoss gewohnt. Zu einer geschlossenen Außenterrasse, die wir aber nicht betreten konnten. Und die war abgeriegelt. Da war kein Weg zur Frischluft. Und das fand ich ein bisschen unangenehm, dass man halt keine frische Luft hatte. Und dann wurde dieses Zimmer oder das Bad entsprechend vorher geputzt. Und hat die ganze Nacht nach diesem Putzmittel gerochen. Und du bist den Geruch nicht losgeworden. Oder hast den nicht rausgekriegt, weil das halt nicht abziehen konnte. Und die Klimaanlage gab es nicht. Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Aber ein bisschen frische Luft wäre schön. Vorteil des Zimmer war es, dass wir nicht zur Straße raus waren. Das war eine sehr gut befahrene und laute Straße. Aber wie gesagt, der Geruch, das war echt nicht schön. Habe ich bestimmt noch in den Klamotten drin. Naja. Alles in allem war es ein sehr schönes Wochenende. Ein bisschen verregnet. Aber wir haben uns gut bewegt. Wir haben gestern Abend gut gegessen. Wildschwein und Kartoffelsuppe. Und dazu gab es Bier. Ich habe Bier getrunken. Ja, zwei ganze 0,3er Biere habe ich getrunken. Heute habe ich noch so eine angeblich tschechische, wie soll man sagen, Traditionsspeise gegessen. Diese Teigrollen, die dann mit Schokolade bestrichen werden oder wo Eis reingestopft wird oder was auch immer. Oder Obst. Aber das ist gar nicht tschechisch. Das ist einfach übernommen aus einem anderen Land. Aber trotzdem war es lecker. Und ja, gar nicht mal so teuer. Zugfahrt pro Tour irgendwie um die 20 Euro. Übernachtung 20 Euro. Ich glaube, am meisten haben wir wirklich für Essen ausgegeben. Und sind viel rumgelaufen. Und ja, haben uns gut getrunken. Durch die Stadt Prag bewegt. Ja, und mal gucken, wo es dann das nächste Mal hingeht. Ich würde jetzt erst mal sagen, habt einen wunderschönen Sonntagabend noch. Sorry nochmal, dass der Vlog so spät geschieht. Dass es jetzt schon nach 18 Uhr ist. Aber ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich 16.30 Uhr spätestens 17 Uhr zu Hause bin. Dass noch ein bisschen Sonnenlicht da ist. Aber das ist jetzt auch weg. Und ja, im Zug konnte ich es nicht machen. Da war es, wie gesagt, zu voll. Ja, morgen dann wieder in gewohnter Zeit früh nach dem Aufstehen. Irgendwann so um 6 oder so. Mal schauen. Je nachdem, wie früh ich mich morgen aus dem Bett boxen kann. Gut, dann würde ich sagen, habt einen wunderschönen Sonntagabend noch. Einen guten Start in die neue Woche morgen. Und streamen, wie gesagt, heute nicht. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Enno belästigen. und in dem Sinne einen wunderschönen Abend noch. Und bis bald. Auf Wiedersehen.